Pete Davidson möchte unbedingt Kinder. Das ist wie ein Traum von mir. Es ist total kitschig, aber es würde so viel Spaß machen. Das sagt der Comedian in einem Interview mit Kevin Hart. Davidson ist seit 2021 mit der 13 Jahre älteren Kim Kardashian zusammen, die schon vier Kinder mit Kanye West hat. North, Saint, Chicago und Psalm. Doch für Davidson, der noch kinderlos ist, klingt es nach konkreten Plänen. Ich freue mich riesig auf dieses Kapitel und ich bereite mich darauf vor, ein guter Kerl zu sein und mich weiterzuentwickeln. Der Schauspieler hat seinen Vater im Alter von acht Jahren verloren, als dieser am 11. September 2001 als Feuerwehrmann während der Terroranschläge in New York ums Leben gekommen ist.